So, let's play Shoot Mini Robots Okay, wir haben ja eine neue Knarre Oder besser sagt, zwei Gut, schauen wir mal, was wir heute geboten kriegen Und zwar sind wir Da fertig Das heißt, wir machen da hinten weiter Und zwar am Schrittplatz Okay Da haben wir schon die ersten Wow Oh, 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 oh Da haben wir schon zwei Mädchen zerbraucht Beim ersten Gegner Das wird ja auch nicht frech Okay, sie wollen uns ans Leder Gut, eine Durchschlagskraft hat es auf jeden Fall Allerdings auf sehr kurze Distanz Oh, ich bin 50 Oh, ich bin 50 Und das überleben wir nicht Das, glaube ich, überleben wir nicht Weil die Waffen Scheiße ist, würde ich mal sagen Ja, gut Ach, wir müssen nochmal Dürfen wir vielleicht zurückgehen Ich will unbedingt andere Waffen Weil ich glaube, mit der Kämen wir nicht weit Die hat vielleicht eine gute Durchschlagskraft Aber Auf die Entfernung Überhaupt nicht So, niederzungen Nehmen wir An Flammenwerfer So Mal schauen, ob wir mit dem Mehr Glück haben So, also nochmal zum Schrubblotz Okay, Freunde Rums, wichsens Gut Der Flammenwerfer ist deutlich besser Oh, jetzt kämmt Oh, jetzt kämmt Oh, jetzt kämmt Oh, jetzt Oh, jetzt kämmt Oh, jetzt kämmt Oh, jetzt kämmt Okay Das haben wir So, geht's weiter Mit Robotergrillen Oh Oh No, boah Werde Also, hüpfen Jetzt kämmt So Kommt der Achso, da können wir nicht Zurückschleiden Okay, dann wissen wir das So Checkpoint Ganz gut Oh, oh So So, jetzt kämmt Wir sind wieder Oh, die Größen Oh Oh Oh, 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 oh. Hat er mich schon wieder? So. Das war's mit dem Typen. Checkpoint ist, wenn ich sind, unser Biervorrat wieder aufgefüllt. Und jetzt geht's Emdro. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, das ist gut. Heiße sind die Checkpoint. und jetzt gibt es anscheinend wieder einen bus fight immer anscheinend aber nicht überleben wenn wir so weitermachen denn wenn man nicht überleben jetzt werden wir überhaupt nicht überleben weil wir aus allen ecken geschossen werden vor allem von oben und von unten anleggen die kaputt jetzt hat gut gerade noch geschafft zwei sterne erreicht war jetzt nicht das beste ergebnis aber war ziemlich beschissene level na ja gut ein paar schrauben und es gibt einen neuen flammenwerfer